Der CDU-Politiker Heiner Geißler ist im Alter von 87 Jahren gestorben. Das teilte sein Sohn Dominik mit. Zuerst hatte die Süddeutsche Zeitung darüber berichtet. Zwischen 1967 bis 1977 war Geißler Sozialminister in Rheinland-Pfalz, anschließend wurde er CDU-Generalsekretär. Helmut Kohl berief den promovierten Juristen 1982 zum Familienminister. Der Sozialexperte arbeitete an einem neuen Image der CDU als moderne Programmpartei und führte unter anderem ein Erziehungsgeld 1.1989 kam es wegen Differenzen über den Kurs der Partei zum Bruch mit Kohl. Seine letzte ganz große Mission hatte Geißler, als er im Alter von 80 Jahren 2010 den Konflikt um das Bahnprojekt Stuttgart 21 schlichtete. Geißler galt als Querdenker, der auch in seiner eigenen Partei mitunter aneckte. Während seiner Zeit als Generalsekretär scheute er vor Polarisierungen nicht zurück. Seit 2007 war er Mitglied des globalisierungskritischen Netzwerks ATAK. Im Interview mit Spiegel Online sagte Geißler über seine Mitgliedschaft in dem Bündnis, man muss manchmal Flagge zeigen, Punkt die Globalisierung läuft aus dem Ruder, da reicht ein Blick nach Afrika. Bis zuletzt äußerte er sich zu aktuellen politischen Themen. So kritisierte er etwa noch im März die rheinland-pfälzische CDU-Chefin und Bundesvizie Julia Klöckner, weil diese Reformen an den Herzgesetzen abgelehnt hatte. Geißler kam am 3. März 1930 in Oberndorf am Neckar als Sohn eines Oberregierungsrates zur Welt. Vor seiner politischen Karriere war der Vater von drei Söhnen vorübergehend Mitglied des Jesuitenordens, dann amtsrichter.parteiübergreifend löste die Nachricht Trauer und Betroffenheit aus, etwa bei Kanzleramtschef Peter Altmaier.SPD-Fraktion-Chef Thomas Oppermann schrieb ebenfalls auf Twitter, Deutschland verliere mit Geißler einen großen Demokraten und streitbaren Politiker, der es keinem leicht gemacht hat. Seine Stimme wird fehlen. Der grünen Politiker Omid Neri Buh schrieb ein Mann der Werte und der Haltung ist von uns gegangen. Die rheinland-pfälzische CDU-Chefin Julia Klöckner nannte Geißler einen großen Rheinland-Pfälzer, streitbar und klug.